Es existieren geheimnisvolle Objekte im Universum. Objekte von apokalyptischer Zerstörungskraft. Sogar Wissenschaftler, die sie erforschen, staunen über sie. Die Suche nach den Sch***löchern hat begonnen. Sch***löcher sind atemberaubend. Es ist unvorstellbar, dass sie existieren. Sch***löcher trotzen unserem Naturverständnis. Sie sind das Mysterium des Universums. Echt verrückt. Sie verschlingen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Man sollte sie unbedingt meiden. Sie verlangsamen sogar die Zeit. Zu eigenartig, um wahr zu sein. Nicht zu fassen. Alles scheint hier irreal. Trotzdem, so scheint es, sind sie für das Universum, so wie wir es kennen, notwendig. Sie könnten sogar eine Schlüsselrolle im Universum spielen. Was sind das für eigenartige, geheimnisvolle und doch überwältigende Objekte? Wo befinden sie sich? Und wie steuern sie unser Universum? Dock 1 mit Lisa Gadenstetter. Mittwoch, 20.15 Uhr ORF 1.